Und herzlich willkommen wieder zurück zu Biggie, Biggiemin, Bigmin oder das Spiel, in dem ich ganz viele kleine Aliens sterben lasse. Ja, wie auch immer. Ja, wir holen uns das letzte Teil in dem Zentrum des Waldes. Und dann, ja, sagen wir mal. Ja, das wird, nutzen wir den Tag heute als, ich sag mal, als letzten Tag in diesem Gebiet. Und als Aufstocktag, wie auch immer. Wir gucken mal, wie wir es so gestalten können. Gut, gut, weil wir machen erst mal, ja, erst mal, ja, 50. 50 sollten eigentlich komplett ausreichen, ehrlich mal. Kommt der, ihr Süßen. Auf geht's. Das wird bestimmt noch nie zu schwer sein, das letzte Teil, sag ich mal. Gut, gut, dann wollen wir mal gucken, was wir so machen. Ach so. Sehr lieb von euch, aber. Ach, kommt schon her. Komm her. Sehr lieb von euch, dass ihr schon beginnt, irgendwie was zu pflücken. Oder irgendwas pflücken zu wollen. Das ist ganz lieb, aber wir haben jetzt erst mal keine Zeit. Es ist wichtig, dass wir erst mal hier für Bombennachschub sorgen. Das ist nämlich äußerst wichtig. Ja, 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 ja. Nach geht's. Holt euch ein Bapp. Ich hab dir jetzt gerade Angst, dass die wieder die Bomben fallen lassen, das wäre nicht so schön. Oh Gott. Hä? 51? Hä? Oh, okay. Was bist du denn? Muss ich mir immer noch anschauen, was ihr seid. Ja, ja. Wir gucken mal. Jedenfalls machen wir uns an die heutige Mission. Blumen, da scheint irgendwas eingepflanzt worden zu sein. Ach so, wahrscheinlich ist ein Blumenpigment dort gestorben und das kann gut möglich sein. Ja, ja. Wir gucken mal. Oh, 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 oh. Uiuiui. Nein, kleiner Geld, du bist suizidal. Okay, haben wir es geschafft. Kleine suizidale Pigment sind nie so gut. Ja, dann lassen wir einfach mal da, denn. Wobei. Ja, los. Bring ihn nach Hause. Ja, wir sonst nicht. Ähm. Oh. Okay. Oh, ein roter. Der ist ja da. Na, komm her. Ja, Bobby. Was machst du denn da drin? Nee, ist okay. So, dann wollen wir mal. Weil heute passieren Ah, wie ihr seht Schwierig, schwierig heute. So, wir müssen nämlich ein bisschen aufpassen wegen der Feuersäule, aber sonst ist es okay. Eins, zwei, drei. Blub, blub, blub. Ja, tötet es. So. Die nächsten sollten angeblich aufreichen. Eins, zwei, drei. Supi, meine Süßen. Ja, das soll, das sollte genügen. Ich bin sehr stolz auf euch. So, weil als nächstes wollen wir uns mit einem bestimmten kleinen Kerl anlegen. Naja, so klein ist er eigentlich nicht. Ja, 19 sollten reichen. Wir machen das jetzt mal cool. Und ich möchte euch nicht erschrecken, aber ja, da ist er. Oh Gott. Der gute Kerl. Ich hasse ihn ein wenig. Wir werden ihn so ein bisschen bekämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen mal ein bisschen darauf achten. So. So. Okay. Wir machen das so. die gelben fliegen natürlich ein bisschen höher. Und deswegen versuchen wir Oh 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 oh. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Nein! Ah! Ouchi. Das war nicht so schön. Nein! Töne! Töne! Nein! Nöss! Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Nein! Ah! Das ist schwieriger, als ich mir vorgestellt habe. Also ich muss sagen, in Pikmin 2... Oh Gott. Fuck. Okay. Das tue ich heute nicht zum ersten Mal eigentlich, aber... Vielleicht sollte ich es wirklich so machen. Na. Okay. Oh nein. Aufpassen, kleiner Kerl. Oh Gott, ich... Oh Gott. Ohohohohoho. Hui. Na los. Und greift in euch. Nein, du sollst nicht. Auf geht's. Wir machen das schon. Er hat schon mehr als die Hälfte verloren. Alles gut. Oh lol, was macht er denn da? Keine Ahnung, was er macht. Aber wir müssen los. Los, los. Oh Gott. Was macht er nur? Oh Gott. Ich hab Angst. Ich hab schon die Hälfte an mit meinem gelben Pikmin verloren. Aber so ist das nun mal. Na komm her. Ah nein. Okay, kommt her. Bitte sterbet nicht. Ihr seid mir wichtig. Okay. Wir warten, bis er runterkommt dann. Dann geht das schön. Wir lassen uns einfach ein bisschen Zeit. Auf geht's. Na ja, jetzt ist es nun mal so, wie es ist. Oh oh. Nice. Okay. Hey. Nice. Er läuft. Dann kommt er. Dann kommt er. Oh 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 oh. Wir müssen aufpassen. Der kleine Kerl da. Na, da wackelt er. Mit seinen süßen Beinchen. Oh Gott. Kannst du mal auffinden? Komm her. Okay. Okay. Oh oh. Lol. Er glitscht da durch. Das finde ich nicht so schön. Ich hab Angst. Ah. Okay. Er fängt an, schon ein bisschen abzublättern. Wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein. So. Oh oh. Oh oh. Kleiner Kerl. Ah. Gott. Okay. Oh nein. Da ist einer gestorben. Oh Gott. Wir haben nicht mehr so viel. Wir haben noch acht Stück. Aber das ist okay. Er bröckelt. Er ist bald nicht mehr am Leben. Okay. Okay. Wir machen das. Oh Gott. Das war ganz schön knapp. Auf geht's. Okay. Wir haben ihn fast. Auf geht's, meine Süßen. Das ist okay. Löst. Ja. Wir ditteln. Ja. 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 Was ist das? Der Wächter-Satellit. Die unendlichen Weiten des Weltalls bergen so manche Gefahren. Dieser automatisierte Satellit schützt mich und mein Schiff. Nun kann ich nachts beruhigt schlafen, da ich weiß, dass mein kleiner Wächter wieder seinen Dienst versiegt. Wir haben's geschafft, ihr Süßen. Wie viel braucht der? 20. Ja, so viel sind wir nicht, ne? Ja, ihr Süßen, äh. Ich denke, ja genau. Der eine macht's schon richtig. Hör das bitte einfach fort, wie ihr das macht. Auf geht's. Na, dann bleibst du halt an mir. Okay. Oh, 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 oi. Nein. Ja, schafft er das? Auf geht's. Ja, geil. Auf geht's, kommt alle her. Müsst ihr die fallen? Nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Hm, wir holen uns rote Pikmin, denke ich mal. Wir haben noch genug Zeit, um das abzuholen. Und dann passt das. Ja. Ja, ja, ja. Gut, gut. Achso. Also noch solche. Dann können wir den restlichen Tag noch die Pikmin aufstocken. Und dann passt das, denke ich mal. Oder nicht. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie wir's machen. Nein, nicht umfallen. Ey, komm. Wir haben nicht um die Zeit, die Kleinen. So, der Rest. Oh, nice. Dann haben wir schon Blumen. Die Blumies. Auf geht's. So, ja, ihr könnt gerne Zeugs machen. Und das bekommen die Blauen. Lieb von euch. So, der Rest kann erstmal nach oben gehen. Ja, lass die Bomben fallen. Das ist ja überhaupt nicht lebensgefährlich. Oh, lol. Das wollte ich jetzt nicht. Rein. Sollt rein gehen. Mit kleinen Schnuffis. Naja, passt schon. Na, das passt. Ja. Das könnt ihr auch liegen lassen. Perfekt. So, außer der Rote. Du kannst mal ein bisschen was machen. Du kannst das hier machen. So, der Rest kommt erstmal hier rein. Denn, ich möchte eine kleine, süße Armee von Roten Boys haben. Ich wollte dich nicht rein machen. So, du kommst hier rein. Und der Rest kommt raus. Wir wollen nämlich ein schönes Paradies machen. Ja, komm. Kommt. Ich bin, ich bin so wahnsinnig und mann dem 90. νοenbay. Ich finde, den letzten Tag reicht das. Vollkommen aus. Kommt ihr. ich liebe euch genau dann wollen wir mal beginnen und uns nein nein warum macht ihr das jetzt kommt doch her geht doch ihr sollt auch nicht hier beginnen manchmal sind sie ein bisschen nervt ach so stimmt da hatten wir auch noch das hier ja das können wir auch noch kurz einreißen wir haben sogar einen gelben dabei nur so völlig in ordnung tatüter geil ja ja ich hab vergessen dankeschön jetzt ein bisschen schneller so der rest so trag das nach hause dankeschön wobei müsst ihr wisst ihr was machen das so auf dein bitte der gelbe boy er darf hier mit arbeiten und der rest von euch alle jenen ach ist das auf da super und der rest mit dem teil ist schon mal geklärt und dann machen wir noch ein bisschen farming heute ein bisschen pigment farming müssen uns nur umschauen wo bestimmte knuffel sind aber das wird schon da ist einer naturschönheit bist du bereit zu sterben das war nicht so gut geplant naja töre die ihn sehr schön bin sehr stolz bringt ihn weg und sonst haben wir sonst noch jemanden weiß ich nie einfach mal ein bisschen kloppen und dann bringt es mal nach hause durchbringen genau zu b nativ hier könnt ihr einmal machen könnt ihr einmal machen zu b dann passt das ich bin so stolz auf euch danke ich bin sehr stolz auf euch wir haben es geschafft letztes teil wunderbar ich liebe es genau genau dann supi wächter satellit er hat mir er hat mich schon sehr oft vor weltraumpiraten gewarnt ich habe blablabla na passt schon ja ja wir haben es geschafft ja supi der rest na der rest kann sich zeit lassen in dem süßen voliwok oder wie hieß der ich habe keine ahnung was das für ein ding ist ich nenne den elefanten schnuff ja passt und dann haben wir es die roten ihr braucht eigentlich kein nachschub ihr seid eigentlich mehr als genug mehr als nun 141 ja es reicht vollkommen aus so alle rein mit euch blies dann wollen wir mal gucken das sind ja okay die blauen brauchen einen kleinen aufstock ich habe leider ein bisschen zu wenig von euch 30 stücken raus kommt er auf geht's auf geht's die knuffis bringt das bitte nach hause genauso wie das ding so dann gucken wir mal nach denen wir machen das einfach total random wobei bisschen gelb kann ich schaden bisschen blau kann ich schaden und den rest nehmen wir geld bitte perfekt ich liebe euch naja passt schon nein nicht das gelbe macht egal ist jetzt noch mal so passiert wie es passiert ist was sollen wir denn tun dinge passieren wie sie passieren ich ziehe den kleinen kerl da du bringst für deine roten boys noch was nach hause super dann dann ist das erstmal denk mal ja wobei ich muss euch doch ich ziehe euch schon mal ziehen ist nicht schlecht dann haben wir halt viele blatt boys aber wissen okay das ist okay auf geht's raus mit euch knuffis hast du gut gemacht kleiner gerd so dann haben wir noch blüten pikmin ich könnte auch noch was tragen für heute ja 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 wir haben noch genug zeit ehrlich mal wie es immer so gestresst wird meine güte wir haben echt noch genug so so was machen wir jetzt noch hier ganz einfach wollen ein bisschen okay okay super seid ihr fertig ja wunderbar dann haben wir es gut das zentrum das war das ist abgeschlossen und ja dann so wie wir lassen hier noch ein bisschen was liegen nach scheiß drauf es ist es schon zu spät ja ich lasse es einfach jetzt liegen und wir lassen den tag ausklingen wir können auch einfach das hier machen und zumindest an unterkennen ja ich habe nicht niemanden zurück gelassen nein super der kampf hat ein bisschen länger gedauert als gedacht aber super gut dann was das mit diesem gebiet schon irgendwie traurig und nostalgisch aber so ist es gut gut ja du bleibst zurück tschüss naja zehn tage seit aufprall die hoffnung steigt den dolfen reparieren und zu meiner familie zurückkehren zu können durch diese hoffnung gestärkt werde ich morgen meine erkundung in einer anderen region fortsetzen ich hoffe das glück ist mir heute vielleicht vielleicht im kampf verloren elf stück ja die wurden zertrampelt aber es ist okay gut dann die roten sind immer noch deutlich ja sind immer noch deutlich vorne dran irgendwie aber ist okay vielleicht machen wir auch irgendwann mal so einen hübschen farming tag wir wissen noch nicht aber dann vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns dann im nächsten part Tschüssi